Hallo und herzlich willkommen zu Sentence, ich hoffe euch geht's gut. Heute gehen wir krasse Waffen durch, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, diese im Early-Game, im Early-End-Game bis ins End-Game zu zocken, um dann auf die ultimative Waffe zu wechseln. Ja, dann geht der Grind schneller, ihr kommt besser bei den Bossen voran und so weiter, auch mit Randoms und das Wichtige ist, es gibt sehr, sehr oft Fehlinformationen. Ich vergleiche die Waffen auch mal ganz kurz und es ist so ein Ding, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich möchte einige Sachen mit euch besprechen, worauf ihr achten sollt beim Bau der Waffen, denn es kann dort wirklich einige Fehler geben, die man machen kann, wenn man Basiswerte nicht beachtet. Und genau das besprechen wir in diesem Video kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst ein Abonnement da. Für die Consoleros, unten ist ein Link für die Creator Support Unterstützung, klickt da drauf. Für die PC-Spieler geht einfach auf Social, gebt hier Dread, Hashtag 2106 an DreadTV, dann klickt ihr auf meinen Namen, Erstellerdetails, dann kommt das nächste Fenster, dann geht ihr auf den Creator Support und dann könnt ihr mich supporten, meine Freunde. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Drei Waffen, die ihr auf jeden Fall mal kennen solltet, ist auf jeden Fall die ewige Willenskraft, der Zema und das verkümmerte Organ. So, jetzt ist es so, viele kennen die Willenskraft, viele kennen die Zema, okay, ich gehe mal direkt da rein und so weiter. Dieser verkümmertes Organ ist auch bekannt. Warum sind diese Waffen so stark? Einmal Standardmunition, ja, und hier seht ihr die Wille, die ich zum Beispiel spiele, Easy 513.000 DPS, ja, und da geht noch was, ich könnte jetzt nochmal upgraden, ich könnte jetzt nochmal in den Prestige gehen und nochmal mehr Damage hier rausholen. Das ist eine sehr, sehr geile Waffe. Viele fragen mich dann, warum zockst du nicht die Zema anstatt die Wille? Weil die Zema, und ich zeige euch das jetzt mal hier mit drei einfachen Modulen, ja, habe ich die auch schon auf 350.000 DPS. Das bedeutet, jeder kann ganz, ganz einfach diese beiden Waffen, ja, ganz schnell hochpushen und ich würde auch sagen, wenn ich mit dem Spiel nochmal beginnen würde, wären das die beiden Waffen, die ich mir besorge, eine von denen und würde hier voll reingehen. Der Unterschied ist zum einen die Basis, beziehungsweise wie spielst du die Waffe und worauf achtest du. Zum Beispiel mag ich die ewige Willenskraft mehr, weil zum Beispiel hier ich mehr Mobility habe, ja, und ich bilde die eher auf Grit, Gritschaden und so weiter. Für Leute, das Problem ist hier, der Rückstoß gefällt den meisten nicht. Der Zema wird anders gebaut, und zwar hat der Zema eine sehr geringe Grund-Krit-Rate. Es gibt jetzt einige Informationen, ich weiß nicht woher die kommen, ob von Webseiten, von YouTube-Videos oder Sonstiges. Ja, die bauen dann halt hier Krit rein. Das ist völliger Bullshit bei der Zema, ne. Die Zema baust du auf Schusswaffenangriff, auf Feuerrate, auf Munition und auf Schwachstellenschaden. Und das ist der größte Unterschied zwischen der Willenskraft und der Zema. Die Willenskraft baue ich zum Beispiel auf Grit, ja, und natürlich auch auf Feuerrate, aber auf Waffenangriff und so weiter, ne. Und jeden Mod habe ich jetzt drin, weil ich den ausprobiere, aber prinzipiell ist das so die Base. Ne, ich habe auch einen extra Guide nochmal für die Willenskraft rausgebracht, ne. Wirkung und Gegenwirkung immer geil, ne, hier bessere Erkenntnis, Konzentrationspriorität, gesteigerte Konzentration, Meisterschütze, dann hier auch die Feuerrate und dann kannst du nochmal Munition reinmachen, wenn du willst, kannst du aber auch nochmal auf andere Dinge gehen, wenn du Bock drauf hast, ja. Aber das ist so eine gute Base, mit der du die Waffe aufbauen kannst. Dieses Line-Up würde aber für die Zema nicht funktionieren, weil die ewige Willenskraft eine Base, eine viel höhere Base-Kritrate hat, als die Zema, ne. Und die kriegst du halt beide so hoch, ne, lass mich das erst zu Ende führen. Die Zema, die baust du eher so. Da gehst du hin, spielst auch auf Schusswaffenangriff, aber dann gehst du hin auf Feuerrate und auf Schwachstellenschaden. Ja, alles was mit Schwachstellenschaden zu tun hat, und zwar Schwachpunktschaden, Entschuldigung, Schwachpunkt, nehmen wir es lieber Schwachpunkt. Ja, und dann gehst du hin und ballerst hier zum Beispiel fixierter Schwachpunktfixierung, sollte auf jeden Fall zum Beispiel höheren Schwachpunktschaden am Ende rausbekommen, wegen den 10%, ne. Du kannst jetzt nicht hier einfach unendlich viele, ich hau dir jetzt mal gerade raus, weil ich es mal zeigen möchte, ihr könnt ja nicht jeweils mehrere Schwachpunkt-Mods hier reinbauen, ne, da müsst ihr halt drauf achten, was gibt hier den höchsten Schwachpunktschaden für mich, und dann baute die eher so auf, auf Feuerrate, auf Schusswaffenangriff und natürlich auch auf Schwachpunktschaden. Das ist ein komplett anderes Bild für die Zema als für die Wille und auch ein komplett anderer Playstyle. Mir persönlich gefällt der Playstyle wegen der Mobilität, wegen dem Crit-Schaden besser, aber die Zema ist auch eine sehr, sehr starke Waffe und das hängt dann von euch persönlich ab. Und das möchte ich mal ganz kurz mit euch teilen, weil es immer wieder falsch gemacht wird und weil ich immer wieder gefragt werde, warum spielst du die Wille anstatt die Zema, was ist der Unterschied und so weiter, wollte ich das mal mit euch teilen. Die beiden ballerst du so hoch, weil der Schusswaffenangriff, das seht ihr jetzt unter der DPS-Zahl, ja, unter der großen DPS-Zahl steht der Base-Schusswaffenangriff. Ne, und dann seht ihr hier zum Beispiel 17.631, das ist die Base. Ne, und hier seht ihr zum Beispiel Schusswaffenangriff, ähm, 21.370. Sehr, sehr hoher Base-Schusswaffenangriff, Munition pro Magazin 100. Damit kannst du komplett durchröhren mit der, ja, und hast auch eine extrem hohe Feuerrate. Hier kannst du die Feuerrate mitnehmen, aber hier bietet es sich an, weil du hast sehr, sehr viele Bullets im Magazin und wenn du die Feuerrate nochmal hochballerst, ja, dann ist es wirklich effektiv und dann gehst du wirklich auf die Schwachpunkte. Du rührst voll auf die Schwachpunkte drauf. Das ist ein ganz anderer Playstyle, als mit der Willenskraft, ne. Bei der Willenskraft bist du viel unterwegs, schnell unterwegs, bietet sich zum Beispiel an für, ähm, Fähigkeiten, die mal schnell wieder ran müssen, schnell wieder weg müssen. Zum Beispiel die LMG, ähm, beziehungsweise das Maschinengewehr hier, ja, ähm, was ich hier, was die Zerma ja ist, anstatt ein Sturmgewehr, ne, eignet sich optimal zum Beispiel für, äh, Tanks, die, ähm, stehen, die wirklich auch ein Schild haben, Barriere, die draufrotzen können, oder, draufrotzen können, oder für Chars, die wirklich auch, ähm, viel Defense haben, ja. Ja, und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Waffen, den ich einfach mal mit euch teilen möchte, der wirklich elementar ist. Und dann kommen wir noch zum verkümmerten Organ, solltet ihr auch auf jeden Fall mal ausprobieren, die bin ich gerade am Aufbauen, ja, die geht auch auf 500.000 plus hoch, die baust du ähnlich auf, ja, auch auf Schusswaffen, äh, auf Schaden, auf Schwachpunktschaden, und das Ding ist halt einfach, gerade für solche Chars wie Clay, ist die extrem interessant, weil du die zum Beispiel durchrühren kannst, ne. Und, äh, das sind drei krasse Waffen, die ich euch hier zeige, die ich auf jeden Fall aufbauen würde. Und warum ist das noch so? Es gibt noch einen Punkt, der extrem wichtig ist, den ich hier auch mit euch besprechen möchte. Und zwar ist das Rollen von den Afixen. Ich gehe gerade mal rüber zum Schrank, weil ich danach auch nochmal ins, äh, Labor gehen möchte, um euch was zu zeigen. Aber hier, das Wichtige ist ja, die Waffennachjustierung. Und zwar, wenn wir uns jetzt die 10 mal anschauen, dann, äh, gehen wir natürlich hin und, äh, können hier viel, viel einfacher re-rollen, ne. Das bedeutet hier die beiden zum Beispiel, Schusswaffen-Krittschaden und Schusswaffen-Kritttrefferrate sind absoluter Müll für die Waffe, ne. Aber das Ding ist, bei diesen, ähm, seltenen Waffen, dass ihr die viel, viel günstiger mit der blauen Steuerachsensperre re-rollen könnt. Das Erste, was ihr jetzt einfach macht, ist natürlich hier auch hingehen, ja. Und das natürlich hier neu rollen und das erstmal 5, bis ihr hier wirklich gute Sachen habt im legendären Modus. Ähnlich wie ich das hier bei der Willenskraft habe, ne. Und dann, äh, geht hier immer weiter voran. Und dann seht ihr, das wird extrem teuer. Ja, und deswegen würde ich immer wieder empfehlen, startet mit einer von diesen beiden Waffen. Ja, weil diese Waffen sind leicht zu re-rollen. Ihr könnt dann auch mit einem, ähm, seltenen Reaktor spielen. Den könnt ihr auch upgraden. Das ist nicht so teuer. Und die Materialien sind einfach herzustellen. Und danach, wenn ihr die Waffe gut aufgebaut habt, auf 500.000 DPS, ne, dann geht ihr hin und farmt langsam eure ultimative Waffen. Weil die ultimativen Waffen werden dann besser, wenn ihr die speziellen Fähigkeiten der Waffen geupgradet habt. Ich bin jetzt zum Beispiel die Hellsicht am Farmen, ja, weil die zum Beispiel für meinen Manger, für Viesa, eine der besten Waffen ist, weil sie den Kältewiderstand reduziert. Und Viesa macht ja Kälteschaden auch. So, aber die werden erst richtig gut, wenn du halt die Spezialfähigkeit öfter upgradest. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel die ultimativen Waffen mehrmals herstellst und dann fused du die ineinander. Das funktioniert... Danke für dein Follow Helldiver. Danke. Für die gelenkte Demokratie. Danke für dein Follow. Ja, das funktioniert dann hier über Spezialfähigkeit verbessern. Ne, dann kannst du hingehen, kannst deine Waffe auswählen und dann brauchst du die nochmal in ultimativ, damit dann hier die Spezialfähigkeit steigt. Dann werden diese Waffen besser als die Zähmer und die Willenskraft. Aber da musst du auch erstmal hinkommen und da willst du ja schnell grinden und deshalb immer wieder hier reingehen mit dem Energieaktivator, hier reingehen mit dem Kristallisierungs... ähm... mit dem Kristallisierungs... äh... Katalysator, genau. Ich wollte auch Aktivator sagen, deswegen muss ich nochmal nachschauen. Ja, und dann hier wirklich Prestigen und die richtigen Sockel auswählen, damit ihr dann hier wirklich Power rausbekommt. Und dann könnt ihr sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach, hier, ich hab's ja eben gezeigt, mit drei Standard-Mods, ja, verstärkter Trall, äh, Wirkung und Gegenwirkung und was hatte ich noch drinne, zum Beispiel Feuerrate, ja, drei einfache Mods, ohne einen Cutter jetzt hier drinne zu haben, ne, in, in 43 Power, so, gehst du dann hier rein, äh, Prestige noch mal rein, kriegst du die Easy auf 500.000 DPS, ohne, dass du die Kapazität hier gesteigert hast. Und das ist Free-to-Play, das ist easy, das ist einfach zu erreichen und das bringt euch bei den Bossen weiter. Der Waffenschaden ist nicht zu unterschätzen, meine Freunde. Ja, und jetzt geh ich noch mal zu, äh, der anderen Mod, ähm, genau, zu der Waffe, die ich euch noch zeigen wollte, warum die so geil ist. Ja, da bin ich jetzt voll dran, ja, die aufzubauen. Mega geil für mein Glay-Bild, für das absolute Boss-Burner-Bild, ey, da hab ich voll Bock drauf, meine Freunde. Ne, ich zeig euch das mal gerade, warum das Ding so geil ist. Dieser Raketenwerfer, ja, der ballert einfach richtig viele Schuss, ne, und mit Glay zum Beispiel kannst du da unendlich reingehen und, äh, das ist natürlich, das ist natürlich richtig geil, ja, das ist natürlich der absolute Shit, da wollen wir hinkommen. Da wollen wir hinkommen, meine Freunde. Ja, und wenn wir jetzt hier hingehen, äh, Bersi zünden, hier zünden und jetzt seht ihr hier den Raketenwerfer, da wird durchgeknallt, ne, da wird durchgerührt, ohne Munition zu verlieren, ne, und das Ding, das baust du ähnlich auf, ne, das baust du auf, auf Schwachpunktschaden, auf Schussrate, damit der richtig schnell durchrührt, ne, damit das Ding abgeht wie die Luzi. Ja, und dann musst du noch ein bisschen auf Ablingszeitreduzierung bei Glay machen, aber ist egal, es ist auch so für dich eine sehr, sehr geile Waffe, ne, die du hier bekommen kannst, die du einfach grinden kannst, das verkümmerte Organ, ne, relativ easy und, ja, wo ihr die ganzen Waffen bekommen könnt, das zeige ich euch natürlich auch. Um natürlich das Ding noch komplett zu machen, wo bekommt ihr die Waffen her? Hier haben wir einmal Schlucht der Weißen Nächte, auch auf dem Normal Mode, ich bin hier gerade auf dem Normal Mode unterwegs, ja, da bekommt ihr hier das Ganze natürlich auch auf dem Mode schwer, hier bekommt ihr die ewige Willenskraft mit 50% Chance bei dem Berggipfel, strategische Außenposten der Vulgus, Schlucht der Weißen Nächte. Dann gehen wir weiterhin und, ähm, schauen uns das nächste Ding an, und zwar bei der Agner Wüste, das müsste hier oben der Auftrag sein, Schlachtfeldmission, verlassener Neubaustandort, und hier kriegt ihr die Zähmer auch mit 50% und, äh, dann zu guter Letzt, Digga, dann zu guter Letzt, Festung, ja, und hier müsste ich noch mal, äh, kurz schauen, das müsste hier, glaube ich, sein, genau hier bekommt ihr das verkümmerte Organ. Drei richtig kranke Waffen für euch, meine Freunde, ja, und jetzt versteht ihr auch ein bisschen den Unterschied, mehr Mobilität mit der Willenskraft, ähm, etwas mehr Standhaftigkeit, mehr Munition, voll auf Schwachpunkt mit der Zähmer und, äh, dann Hochleistungsmunition, dieses geile Gerät, dieser Raketenwerfer, der noch mal richtig reinschallert. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr versteht jetzt warum, was vielleicht für euch die Waffe ist, die ihr spielen solltet. Testet sie doch einfach mal aus, grindet sie, ballert mal ein bisschen damit rum, hier im Labor oder so, und dann fühlt ihr schon, welche für euch die richtige Waffe sein kann und dann geht ihr voll rein und wenn ihr voll reingeht, kommt ihr auch schneller voran und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und das Wichtigste, bleibt gesund, euer Drie, ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.